Sagt Hallo! Schweren-Belle Rats 3. Hören die Kira von Böckler. Die Schweren-Belle Rats 3. Die Kira von Böckler. Halle, Halle. Ja, die Kira von Böckler. . 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 Es ist einfacher als ich immer gedacht habe. Es ist einfach so, dass ich es. Ich bin glücklich. Ja, zu sein hier jetzt und zu nehmen, das zeigt, dass es alles wert ist. Es macht mich so viel mehr motiviert, um zu trainieren und zu werden stärker für nächstes Jahr.